Die Nacht des Großen Erwachens. Live bei Tele 5. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. The Fall und die Tänzer der Michael Clarke Company. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Normalerweise war auf der Bühne, also live zu live Musik, eine ganze Ballett-Truppe Wir haben heute nur eine Tänzerin gesehen, weil die Truppe offensichtlich sich aufgelöst hat The Clube, the dance group split or something What? What's the group, the dance group, the ballet group? I'll have to ask the dance group You'll have to ask the dance group about that Alright, okay, I will nicht drüber reden, sehe ich schon Other projects of the fall We did a tour before Christmas with just one dancer We find that's better With this one? Yeah, just the dancer we got Ellen van Schoenenberg How did the people react on the thing with the ballet When you did that? You did that in Amsterdam, I think It's of no importance to me how they react Not at all? No No? Okay Also es ist für ihn überhaupt nicht wichtig, wie die Leute reagieren auf so eine Sache mit Band und Ballett Jedenfall aufgeführt haben sie das Ganze in Amsterdam Seitdem sind sie nur noch mit einer Tänzerin unterwegs Do you have any other problems like that? Other projects? Projects? Sorry, not problems, projects You are the man with the problems I'm the man with the problems, right, okay You're the man with the projects Which? Which? Mind your business, they're all secrets Secrets? Yeah, we are the fall And we are the best So You're the best and the fall The falls are the best What do you think about Philip Boer? I think he's okay He's okay, want to go see him? Right now? Yeah, well he's very popular in Manchester Is he? Also Philip Boer is in Manchester anscheinend sehr populär Shall we go over and see him? Do you want to walk with me? Yeah, let's go over Christian Like we really are going over there Of course go this way Also wir gehen jetzt Philip Boer gucken Der spielt nämlich noch mehr da drüben Philip Boer Oh, great Rufus Look at the Are you Yeah J Would That